Hallo Nachbarn, bei Boris Reitschuster gab es ein Interview mit einem Ex-Polizeipräsidenten des LKA. Ein Sammelsorium der Selbstüberschätzung, ein absoluter Kracher. Viel Spaß dabei. Über Jahre haben wir uns jetzt den Blödsinn von Quatschdenkern angehört, die behauptet haben, Millionen Menschen würden von der Erde verschwinden und an allen möglichen Sachen versterben. Nach Monaten können wir jetzt auch in der Realität sehen, absoluter Quatsch, alles nicht eingetreten. Spielt das für die Quatschdenker eine Rolle? Nein. Gelangweilte und frustrierte Rentner, die den ganzen Tag im Internet nach irgendwelchen möglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen googeln, die gab es ja während der Pandemie schon immer. So nun auch Uwe Kranz, ein ehemaliger Polizeipräsident des LKA in Thüringen, der seinen Posten räumen musste, nachdem es ein Eklat im Rotlichtviertel gab. Vor rund zwei Wochen fiel er mir auf, als er bei YouTube ein Interview gegeben habe, da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Vor wenigen Tagen tauchte er dann in einem Interview wieder auf, und zwar bei Boris Reitschuster. Da bin ich natürlich hochinteressiert, das habe ich mir dann mal angeschaut und da gehen wir jetzt mal näher drauf ein. Nachdem Uwe Kranz langbreit und schmutzig erklärt, warum der PCR-Test nicht geeignet wäre, um ein Virus nachzuweisen, sagt er unter anderem das hier. Wenn Sie wissen, wie die Tierexperimente gelaufen sind, die vorher mal gemacht worden sind, mit den acht Mäusen, dann wissen Sie, dass es eigentlich vollkommen unverantwortlich war, in die Pandemie hinein zu spritzen. So, so. Also das habe ich mir mal genauer angeschaut. Bei Biontech alleine gab es 21 Rhesusaffen, 96 Mäuse und 204 Ratten. Quellen findet ihr in der Beschreibung. Man muss absolut kein Genie sein, um auf diese Zahlen zu kommen, aber zwischen neun Mäusen und 96 Mäusen ist ein kleiner Unterschied, würde ich sagen. Und das waren nur die, die bei Biontech zum Einsatz kamen. Aber gut, der Mann ist etwas älter. Vielleicht hat er sich ja vertan. Hören wir mal weiter. Boris Reitschuster behauptet, nämlich Ärzte würden ihm immer wieder sagen, dass diese Ärzte Impfkomplikationen überhaupt nicht weitergeben würden an das Paul-Ehrlich-Institut. Er will damit wohl suggerieren, dass es eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer gibt. Boris Kranz sieht das jedoch erst einmal zumindest anders. Im Übrigen muss ich da ein bisschen aufräumen. Dieser Glaube, dass es unheimlich viel belastend ist für den armen Arzt, da so ein Papier, so einen Vordruck auszufüllen, das ist ein Thema. Er erklärt nämlich, dass das Ganze überhaupt nicht aufwendig sei. Er hätte es nämlich selber ausprobiert und darüber hinaus 25.000 Euro Strafe fällig werden würden für jeden nicht gemeldeten Fall von Impfkomplikationen an das Paul-Ehrlich-Institut. Also ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe mich selbst gemeldet. Ich habe mich seit runtergeladen vom Bundesgesundheitsministerium und habe mich dann ausgefüllt mit einer fiktiven Impfmasse, die es gar nicht gibt, aber das merkt der Computer auch nicht. Da kannst du also alles reinschreiben, was du willst. Und ich habe sieben Minuten gebraucht. Du wirst ja als Journalist wohl in der Lage sein, hier eine ganz klare Aussage treffen zu können. Nach zwei Jahren muss man doch klar belegen können, ist es so oder ist es nicht so. Da brauche ich mich doch nicht auf das Hörensagen von Leuten zu berufen. Das sagen die mal. Ist es so, ist es nicht so, hier ist eine Quellenangabe 1, 2, 3, Problem erledigt. Nein, wir setzen wieder irgendein Blödsinn in die Welt. Besser ist das, oder? Die geballte Inkompetenz, Polizeipräsident und ehemaliger Journalist in einem Raum. Na, das kann ja heiter werden. Trotz hoher Strafen und seinem eigenen Test, wie unkompliziert es ist, an das Paul-Ehrlich-Institut zu melden, ist er sich aber sicher, es wird nur ein Bruchteil an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Und natürlich handelt es sich dabei auch um organisierte Kriminalität. Das ist also schon fast der Verdacht, entsteht eine organisierte Kriminalität. Das ist sogar Boris Reitschuster sichtlich unangenehm. Auch er kann sich nämlich nicht vorstellen, dass einfach alle Ärzte, die STIKO, das Paul-Ehrlich-Institut, das RKI, alle Medien und Journalisten und sogar alle Parteien des Deutschen Bundestages, inklusive der AfD, unter einer Decke stecken und sagt deshalb nämlich folgendes. Aber so wie Sie das schildern, wenn Ihre Thesen zutreffen, dann haben wir ja mit einem Kartell des Schweigens hier oder des Vertuschens hier zu tun. Die Opposition, also zumindest die CDU, macht nichts. Die AfD wird eh nicht gehört, über die wird in den Medien nicht berichtet, wenn sie was dazu macht. Die Bundesregierung macht nichts, die Ärzte machen nichts. Boah, das ist mir beim Hinschauen so unangenehm. Ich habe überall Gänsehaut. Das ist richtiger Fremdscham. Wie kommt man da raus? Ist doch ganz einfach, Boris. Man strebt eine Klage an und begibt sich in die seriösen Fußstapfen von Rainer Vöhmig. Völlig normal. Braucht man, wenn man beim internationalen Strafgericht so eine Klage einreichen möchte? Und genau das geschieht derzeit. Das haben Sie vorher? Das ist schon gemacht. Dann ist die Voraussetzungen für einen internationalen Strafgerichtshof nicht ausreichend. Und wenn ich die alle habe, schicke ich die alle zum internationalen Strafgerichtshof und dann werden wir mal sehen. Wer macht die Klage? Ein Verein ist das, ja? Nein, das sind zwei selbsternannte Menschenrechtler. Ach, zwei Menschenrechtler. Zwei Menschenrechtler. Es gibt aber noch eine zweite Klage. Es sind auch mehrere Ärzte, die machen eine Klage wegen Völkermords. Das andere ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die andere Klage beläuft wegen Völkermord. Da sind mehrere Rechtswissenschaftler dabei. Was willst du denn vor Gericht beweisen eigentlich? Welche Quellenangaben denn? Zeig sie doch mal! Das ist unwidersprochen. Ich müsste aber die Quelle jetzt raussuchen, müßhaft. Und dann werden wir mal sehen. Du behauptest irgendeinen Kram und kannst es nicht belegen. Auch nicht in diesem Interview und schon mal gar nicht vor Gericht. Und ich müsste aber die Quelle jetzt raussuchen, müßhaft. Wie ich bereits eingangs sagte, ist Uwe Kranz bereits vor etwa zwei Wochen auf einem YouTube-Kanal aufgetaucht. Und zwar bei einem Kanal für Investments. Mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute mit Uwe Kranz. Herzlich Willkommen, Herr Kranz. Guten Tag. Wir wollen heute über das Thema Übersterblichkeit sprechen. Wie kommt es zu dieser Übersterblichkeit? Was bedeutet denn eigentlich Übersterblichkeit? Ich glaube, die Masse der Menschen weiß gar nicht, was das wirklich bedeutet. Statistisch auch gesehen. Wie ist diese ausgeprägt? Und natürlich auch die Frage aller Fragen. Wie könnte es zu so einer Übersterblichkeit kommen? Ich verstehe es nicht. Da sitzt jetzt ein Finanzamt, der von Gold und Bitcoins sonst immer schwafelt. Und da sitzt ein Ex-Polizeipräsident. Mit welchem Recht wird denn jetzt hier die Arbeit von Forschern, Wissenschaftlern und Ärzten infrage gestellt? Bei der offensichtlichen Inkompetenz wagen sie es jetzt auch noch, sich damit an ein Laienpublikum bei YouTube zu wenden. Ich meine, das sind ja echt krasse Themen und krasse Behauptungen. Denn das wäre ja schon irgendwie gut, wenn man das mit dem Fachpersonal bespricht oder nicht. Man wendet sich hier ganz bewusst ans Laienpublikum. Weil Arne Burkhardt zum Beispiel hat das ja in seiner Pathologiekonferenz ja auch gemacht. Und Arne Burkhardt, Sucharit Bhakti und Uwe Kranz gehören übrigens ein und demselben Verein an. Wie kann man bloß so verbohrt sein? Ich meine, ein Ex-Polizeipräsident. Manchmal, wenn die Fußball-WM läuft, da bin ich plötzlich voll der Experte und Fußballtrainer, ja? In meiner Vorstellung zumindest. Aber da geht es halt auch nur um Fußball. Hier geht es um krasse Themen. Hier wird aber Angst, Schrecken und Panik verbreitet. Völlig unwissenschaftlich und das ganz offensichtlich durch völlig inkompetente Menschen, die keinerlei medizinische Vorkenntnisse haben. Warum YouTube da nicht einschreitet, ist mir allerdings auch ein absolutes Rätsel, muss ich sagen. Aber zu diesem Interview gibt es wenigstens eine Quelle. Ich war sehr glücklich, hab draufgeklickt, dann öffnete sich eine PDF-Datei und dann war ich wieder ganz enttäuscht. Man muss absolut kein Experte sein, um auf den ersten Blick zu sehen, dass es sich dabei um eine völlig unseriöse Unterlage handelt. Mal werden dort Screenshots von YouTube als Beleg aufgeführt, manchmal ein Twitter-Tweet. Oder es stehen so Sachen drin, wie zum Beispiel, die EMA hat Unrecht in ihren Berechnungen, weil das ist unrealistisch. Ja gut, wenn es in der PDF steht, wird das wohl stimmen. Also ich nehme mal an, diese PDF-Datei ist Grundlage für das Verfahren, welches du anstrebst. Toi, toi, toi. Und dann kommt unser Google-Liga-Rentner auch noch auf den Gedanken, hier Professor Hockerts ins Spiel zu bringen. Der soll nämlich bereits im September 2020 ausgerechnet haben, dass es zu mindestens 5% Impfschäden kommen würde. 5% wären 4 Millionen Menschen, die von einer Impfung geschädigt würden. Das sagt der Mann im September 2020 voraus. Ja, wie hat er denn das gemacht im September 2020? Da war der Impfstoff noch gar nicht zur Verfügung. Wie geht das denn? Und als Uwe Kranz dann auch noch behauptet, die Todesrate würde um 140-fache steigen, ja, dann bekam auch der Interviewpartner etwas Schnappatmung. Er sagt, der Anstieg bei den Todesfällen liegt bei mehr als dem 140-fachen. Das 140-fache. Das sind Zahlen, die sind abenteuerlich. Ob jetzt dieses Interview oder das bei Boris Reitschuster, es bleibt eine Witzveranstaltung. Vor allem einem Journalisten wie Boris Reitschuster es ja angeblich ist, was ich mal sehr stark anzweifle, da müsste man allerdings ja schon immens erwarten können, dass er nach diesem ersten YouTube-Interview hier bereits die Reißleine zieht und sich von diesem Menschen distanziert, weil er ja ganz offensichtlich einfach nur Blödsinn von sich gibt. Aber wir sind ja Journalisten ohne Haltung und ohne Ideologie und deswegen machen wir es dann trotzdem. Na, Bobbele? Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Trinkt Wein auf mich und Abo da lassen. Daumen hoch. Ach, ihr kennt das ja. Okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal. vi override Ich, yes. Shicks miner, kot Y pie pasa lassen. Sch s fluff. maaruvre contracting und richtig istские ciud elevate.